Alex Nowak hat gerade kleinere Probleme in seiner Beziehung. Es passiert ja jetzt nicht jeden Tag, dass man sich beim Geschlechtsverkehr die Rippe unter Staatswein bringt. Er sagt mir einfach, wer es war, okay? Sag mal, Alex, spiel mir, hörst du mir nach? Das ist ein net blauer Dildo. Verbiss dich, du Pfeife. Versteh doch. Er hat dich betrogen und verarmt. Bitte mach mich zu Papa-Steer, okay? Bitte. Bitte. Jetzt. Wir haben alle Kürze. Hey, Oma. Doch seine größte Herausforderung... Ihr seid heute hier, weil ihr Muschis seid. Also entschuldigen Sie, ich bin keine Muschi. Hallöchen. ...steht ihm noch bevor. Wie? Du gehst jetzt hin und sagst was Witziges, warst du die Situation gespannt. Du schaffst das. Oma, du hast die Situation gespannt. Na, du hast eine Kacke? Sag mal, hast du gerade meine Freundin angemacht? Mann, ich hab die Schnauze voll, wirklich. Das hat doch alles, alles nichts mit Mannländern zu tun. Ja, und was hat dann mit Mannländern zu tun? Was findest du toll an der Mann? Dass er Humor hat, dass er zuhören kann, dem man vertrauen kann und der Verantwortung übernimmt. Alex? Etienne? Was ist denn los mit dir? Du kapierst auch echt gar nichts, oder? Das Allerwichtigste für einen Mann ist, dass er weiß, was er will. Alex! Was machst du da? Na ja, äh, feiern und Spaß haben und so. Haben Sie Flugangst? Nein. Ich hab doch keine Flugangst. Ich hab doch gar nichts. Häääh! Misesihau! Misesihau!